Geistheilung, wie im vorherigen Video bereits angesprochen, ist auch das Thema dieses Videos, weil es meines Erachtens noch ein paar Ergänzungen bedarf, und zwar wie es beispielsweise möglich ist, anderen Menschen wirklich zu helfen, indem man demjenigen dann Liebe zukommen lässt, und diese Liebe, die man einem zukommen lässt, hilft dann einerseits dabei die Energie wieder fließen zu lassen, und andererseits führt es dazu, dass die Liebe in demjenigen dann selbst zu leuchten beginnt, und dieses Meer an Leuchten aktiviert dann den stärksten Heiler, und dieser stärkste Heiler ist in uns, also immer durch uns selber, und nicht durch irgendwas im Außen, was leider Gottes bei vielen Erzählungen aber dahingehend verdreht wurde, um eben die Menschen in weiterer Folge an diese 3D-Grobstofflichkeit festzubinden und sie ihrer Energie zu berauben. Doch das hat mehrere Gründe, warum Geistheilung, so wie sie gegenwärtig gerne noch außen hin vermarktet und verkauft wird, nicht dem göttlich-lichtvollen Weg entspricht, und zwar der frei gewordene Raum in dem geistigen Bereich durch das Ablösen geistiger Besetzungen, die kann ja nicht nur durch die Energie eines Dritten besetzt werden, sondern auch wieder von anderen Wesenheiten. Also sind aber beides Dinge, die so der Heilung, vor allem der Förderung, der Genesung nicht zugute kommen, weil eben einerseits neue oder andere Besitzungen diesen Raum nützen und dann wieder die Energie ins Stocken bringen, und jede Energie, die nicht fließt, führt in weiterer Folge, früher oder später, eben zur Manifestierung der Heilungsblockaden in einem physisch-grobstofflichen Körper. Und wenn es eben die Energie eines Dritten ist, dann muss man sich die Frage stellen, woher stammt denn diese Energie, woher stammt dieser Antrieb, jemanden Heilungsmerkmale, Heilungssymptome, physische Weg zu zaubern und somit den Wegweiser für die Betrachtung geistiger Ursache zu nehmen. Woher stammt dieser Antrieb? Weil Spontanheilungen, wie sie immer wieder in der Öffentlichkeit davon berichtet wird, und diese Geschichte auch kursiert, so muss man sich nur mal das Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele Ebene betrachten und wird sehr schnell begreifen, dass diese Spontanheilungen nur, wenn überhaupt, in Ausnahmefällen zustande kommen. Warum? Weil diese heilvolle Information von geistigen Ursachen, die betrachtet worden sind, die informieren mal eine Zelle, aus einer werden zwei, aus zwei, vier und so weiter und so fort. Und wenn dann ein Großteil der Zellen, die über das Licht miteinander kommunizieren, informiert sind mit dieser heilvollen Information, dann zieht der Körper nach. Auf diesem Weg wird aber immer wieder zwischendurch mal überprüft, ob man diese geistigen Dinge wirklich geheilt hat und auch die abgekapzelten Seelen unter die zurückintegriert. Das wird immer zwischendurch wieder einmal überprüft und bedarf es noch einer Kleinigkeit, um wirklich dorthin gehend heilen im Sinne von ganz Stück für Stück. Dann verlangsamt sich die Heilung auf physischer Ebene. Wird der geistige Prozess gestärkt, dann beschleunigt sich wieder die Heilung auf dem oder einem physischen Körper. Aber es bedarf etwas an Zeit, Schritt für Schritt. Und so heilt man auch im Sinne von ganz werden. Gekommen, um heimzugehen, um es auf den Punkt zu bringen. Also spontan Heilungen, wie sie immer wieder mal berichtet werden, sind meiner Wahrnehmung nach von dem Dunklen orchestriert, um einen Quervergleich ziehen zu dürfen. Und zwar, man muss sich nur einmal die ganzen Musik- und Hollywoodstars anschauen. Warum sind sie denn so erfolgreich? Warum werden sie so protegiert, so hoffiert, gefördert, hochgejubelt? Das geht immer einher mit der Abgabe von Seelenanteilen. Was immer wieder in Filmen, auch in Kinderfilmen berichtet wurde, der Teufel, man muss immer die Seele abtreten oder Seelenanteile für eben gewisse Benefits in dieser 3D-Welt. Und der physisch-grobstoffliche Körper stellt ja nichts anderes dar, als quasi diese 3D-Grobstofflichkeit. Er ist quasi das Pendant in der menschlichen Form gegenüber allen anderen grobstofflich festgewordenen Dingen, wie eben die ganze Landschaft, Häuser und so weiter und so fort. Und dieser Körper, dieser grobstofflich-physische, wird ja verwendet, um in weiterer Folge Menschen eben auf Ir- und Umwege zu führen. Und wie gesagt, ich weiß, dass mit diesem Querverweis viele nicht umgehen können. So entspricht aber der Wahrheit, weil ich es selber erfahren habe dürfen. Man gibt quasi für körperliche Gesundheit Seelenanteile ab. Man gibt auch seine Ermächtigung ab. Und um dann diese Ermächtigung wieder zurückzuholen, Herr seiner Selbst zu wehren, sich von Energien Dritter zu entziehen, das ist ganz ein grausiges Gefühl, das wünsche niemandem. Und an diesen Stellen erkennt man dann, ob diese Energie eines Dritten etwas Lichtvolles ist oder eben nicht. Weil wäre es etwas Lichtvolles, so dann hätte man nicht dieses extrem dunkle und grausige Gefühl, was mit echt unglaublich dunklen und tiefen Gedanken einhergeht, um das mal ein wenig anzusprechen. Um den Kreis aber wieder zu schließen und wie eben bereits erklärt, also diese Spontanheilungen gehen, meiner Wahrnehmung nach, immer einher mit der Abgabe von Seelenanteilen. Weil Heilung anders funktioniert, wie eben die Information der Zellen und so weiter und so fort und der Körper zieht dann in seinem Tempo nach, Schritt für Schritt und nicht von jetzt auf gleich und von heute auf morgen. Und leider Gottes wird ja in dem Bereich der Geistheilung die Geschichte wieder genau umgekehrt, umgedreht, wie gegenwärtig und in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausende das immer da voll ist. Aus Wahrheit wurde Lüge gemacht und aus Lüge wurde Wahrheit gemacht. Weil die Geistheilung ja immer davon berichtet, man bereinigt zuerst den Geist und der Körper macht ganz magisch innerhalb kürzester Zeit und sieht danach. So, geistige Ursachen können nur bereinigt werden von einem selber, der eben diese Ursache gesetzt hat. Und nur mit Läuterung und Wiedergutmachung kann dann die Wirkung verändert werden, aber durch einen selbst und niemals von einem Dritten. Und diese körperlichen Heilungssymptome, Heilungsmerkmale bedarf es ja, um eben dorthin geführt, gelenkt geleitet zu werden, um diese geistigen Ursachen auch betrachten zu können. Oder sich auch zu konfrontieren mit den Gefühlen, die in Verbindung stehen mit traumatischen Schockerlebnissen wie eben Schicksalsschläge in der Familie, einem Suizid und so weiter und so fort. Weil ja, mit diesem Gefühl, das uns dorthin leitet, um diese Dinge zu betrachten, man ja oder das beseelte Geistwesen uns führen möchte, um heilen zu können im Sinne von ganz werden. Und zu dem Zeitpunkt, an dem dann dieses traumatische Schockerlebende stattgefunden hat, war es ja nicht möglich, den Schmerz zu fühlen. Da war die entsprechende Tiefe im Herzen noch nicht vorhanden. Aus dem Grund wird ja etwas abgekapselt, um das quasi eine Art Selbstschutz. Aber dieser Selbstschutz, sofern man bereit ist, den Blick nach innen zu richten, wird ja immer weniger, auch weil man im Herzen oder ja, durch den Blick nach innen, dem Herzen das Gefühl gibt, dass man schon langsam bereit ist, solche Dinge zu betrachten. Und dafür bedarf es eben diese Heilungsmerkmale als Wegweiser. Und wer dann diesen Weg zaubert, der nimmt diese Möglichkeit. Und da geht es überhaupt in keinster Weise darum, irgendjemanden zu diskreditieren, zu verleumden oder irgendwas im schiefen Licht darzustellen. Nein, sondern nur meine Wahrnehmung für sich sprechen zu lassen, die auf eigenen Erfahrungen beruht. Und wie immer wieder einmal angesprochen, Erfahrungen sind die Grundlage, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und die bedarf es eben, um sich mit der Liebe im Herzen zu vereinen, die dann der Wegweiser ist und die Grundlage darstellen für den Weg der Heilung und für den Weg nach oben. Und diese Erfahrungen, die ich machen habe dürfen, von denen berichte ich, weil sie auch dazu geführt haben, dass sich meine Wahrnehmung ausbreitet und ausgebreitet hat. Und diese ausbreitende Wahrnehmung hat mich ja dahingehend geschult, um mir zu zeigen, dass Heilung immer raumöffnend sein muss und niemals raumschließend. Und dieses Credo der Raumöffnenden, Wichtigkeit ist ja der Antrieb meines Seins, meines Tuns, auch beim Helfen der Menschen, um Dinge aufzuzeigen, warum Heilungspokane entstanden sind, was dahinter steckt, was ich aus früheren Leben zeigen möchte. Zusammenhänge erklären, beschreiben, Werkzeuge an die Hand geben und vieles mehr. Etwas, was in einem beseelten Geistwissen beheimatet ist, weil das Sein, das sich über die Liebe ausdrückt, immer für das Miteinander, für das Raumöffnende steht und niemals für das Raumschließende. In diesem Sinn könnte man übertragen sogar dahingehend sein, dass es das Sein ist, was sich in dem zwischenmenschlichen Menschsein ausdrücken möchte, und zwar in der Form des Handreichens, des Miteinanders, des Aufeinanderzugehen, das Arme offenhalten als Symbolik, als Symbol für das Raumöffnende. Deswegen mein Credo, Vorsicht bei den ganzen Verkaufsprodukten in Zusammenhang mit Geistheilungen. Der größte und stärkste Heiler steckt in uns, der mit Hilfe der Liebe aktiviert wird. Und wenn wir dann die Liebe in Form des Seins sprechen lassen, so mit jemandem die Hand reichen und auf diesem Wege dann jemandem helfen, dann entzünden wir sprichwörtlich das Licht im Anderen. Und dieses Licht, das dabei immer stärker wird, aktiviert dann den Heiler in einem. Schmerzen, das ist das größte Geschenk, was wir, oder eins der größten Geschenke, was wir in der Erfahrungsebene des Menschseins sammeln dürfen. Mir ist bewusst, dass manche Schmerzen kaum auszuhalten sind. Ich kann nicht nur eine Geschichte erzählen, ich habe darüber in meinem Buch geschrieben. Ich weiß, was es heißt, Schmerzen zu erleben. Der Umgang damit ist aber entscheidend. Und diese Schmerzen sich wegzaubern lassen, ist die eine Seite, die ich auch selber probiert habe, was aber nicht der richtige Weg war. Und aus dem Grund habe ich auch auf diesem Weg viele Erfahrungen sammeln dürfen, von denen ich unter anderem in diesem Video berichte, in diesem zweiten Teil zu dem Thema Geistheilung. Man kann den Geist heilen, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, aber immer durch einen selbst. Man kann im Außen dabei behilflich sein, aber eben nicht die Heilungsmerkmale als Wegweiser Weg zaubern. Man kann aufzeigen, warum Heilungsblockaden entstanden sind, welche geistigen Ursachen dahinterstecken, Zusammenhänge erklären, beschreiben, woher diese geistige Ursache stammt. Aus früheren Leben, aus Kindheitstagen, die Zusammenhänge zu den Ahnenlinien und vieles mehr. Aber eben nicht die Möglichkeit verbauen, um diese Dinge betrachten zu können. Weil diese heilvolle Information bedarf die Zelle, um die zweite zu informieren, aus zwei werden vier und so weiter und so fort, damit der physische Körper im Anschluss daran nachziehen kann. Dann geschieht die Heilung aus uns heraus, Schritt für Schritt. Und auf diesem Genesungsweg wird zwischendurch, wie auch bereits beschrieben, überprüft, ob es wirklich im Herz bereits integriert wurde. Wenn nicht, verlangsamt sich diese Genesung etwas und ansonsten beschleunigt sich diese wieder. Das ist ein ganz toller Kreislauf, den wir, wenn wir bereit sind, die Dinge in die Hand zu nehmen, über das Licht zu arbeiten, wie es eben unter anderem die Zellen tun, ganz etwas Schönes ist. Und dieses mehr an Licht ist ja dann die Voraussetzung wieder, um dem höchsten Selbst, dem Impuls zukommen zu lassen, dass wir auf dem Weg sind, was dann zur Folge hat, dass wir zielgerichtete Informationen des höchsten Selbst bekommen. Und das mehr an Licht, das eine stärkere Verbindung zum Herzen benötigt, ist dann die Grundlage, um eben diese zielgerichteten Informationen entschlüsseln zu können. Das ist ein ganz toller Kreislauf. Und wenn man wirklich mal begreift, die Dimension dessen und die Stärke dahinter erkennen kann, was uns alles mitgegeben wurde, was ich durch uns ausdrücken möchte, so, ähm, was soll dann noch schief gehen? Überhaupt nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Dann kann ganz beruhigt der nächsten Zeit ins Auge gesehen werden. Und dann werden sich auch keine Ängste mehr einstellen. Etwas Unruhe? Ja, mit Sicherheit. Aber keine Ängste mehr. In diesem Sinne, bei Fragen gerne wieder ein E-Mail an mich, an info.christoff-klaunzer.com Wenn ich den ein oder anderen weiterhelfen darf oder ein Stück weit begleiten auf seinem Weg der Genesung, auf seinem Weg der Heilung, dann würde ich mich sehr darüber freuen, aus dem Herzen heraus, weil ich dadurch mein Sein zum Ausdruck bringen darf. Und ansonsten bei Unklarheiten einfach wieder einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke.